Bei der Polizei gemeldet, der siebte wurde festgenommen. Die mutmaßlichen Täter sind laut Stadthanwaltschaft als Flüchtlinge aus Syrien und Libyen nach Deutschland gekommen. Der Obdachlose hatte den Angriff dank der Hilfe eines U-Bahn-Fahrers unverletzt überstanden. Rund eine Woche nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fordert die CSU in einer Beschlussfolge...